Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Hannover 96, zweite Bundesliga 2023-2024, 50 Spieltag. Kreuterfurt gegen Hannover 96, Ergebnis 1 zu 3. Startelf von Kreuterfurt, Ulbricht, Asta, Jung, Drax, Karagolu, Wangenach, Konsterbach, Krem, Herkota, Strabeni, Lembrele, Startelf von Hannover 96, Siegler, Neumann, Halenskeberg, Acht, EI, Enbi, Dem, Dün, Kunze, Leopold, Nielsen, Nielsen, Teuschacht, Dres, Dresoldi, das war's von Kreuterfurt gegen Hannover 96, Uhrzeit 23.35 Uhr. Oswundrasisch.